Energy verdreifacht euer Gehalt Wir suchen heute Alexandra, denn sie hat bei Energy verdreifacht euer Gehalt mitgemacht und gewonnen. Und den Check wollen wir jetzt natürlich persönlich überreichen. Dazu müssen wir sie aber erstmal finden. Alexandra! Alexandra? Hallo! Wir wollten dir deinen Chefarbeiter. Ich freue mich richtig. Dankeschön. Jetzt seid ihr dran. Ja! Energy verdreifacht euer Gehalt.